wow 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 okay ich bin da gerade angekommen und auf einmal kam irgendwie ein ganz böser roboter angeflogen der uns nicht mag und er hält uns irgendwie davon ab in die welt zu gehen ich bin so ein bisschen weg da ist ja starfox mäßig hier kannst du bitte weg sterben ne k k k k k k k Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 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 Dann gibt es hier wieder die üblichen Sachen zu kaufen. Ja. Okay, gucken wir uns hier noch schnell um. Ähm, hier war irgendwo... Ah, cool. Damit kann man durch die Gegend rollen. Ah, damit muss man da bestimmt drauf, wa? Man hat doch in der... Ah, da oben. Ich wollte schon sagen, man hat doch in der Cutscene... Läuft noch nicht vor der Füße. Wow. Das ist da drauf nicht möglich. Dann... So. Ich weiß, ich wollte sie eigentlich nicht suchen. Aha. Wieder was zum Waffenacken. Mal da rauf. Hallo. Auf den Ball sollst du... Der verarscht mich dann halt nicht. Gehen wir so die Wand hoch. Ähm, hier oben nochmal schnell geguckt. Äh, tschüss. Da. Ja. Ja. Ja, ja. Da. Okay. peut... euch, ey. Okay. Essen. Was? noch mal so ein Emblem. Ey, das sieht so cool aus. Okay. Was ist das? Du bist aus dem Traum! Der erste von den Xehanorten! Ich bin so stolz, dass du mich erinnerst. Oh nein! Er kann move! Sehr cool! Schau mal! Oh nein! Oh nein! Die Schatten eines Herz empfangen die Leidenschaft des anderen. Sie sehen, wie sie ihn in der Leben bringen? Wie die Schatten und niemanden, sie zusammenhängen. Enough! Warum machst du das? Es gibt eine Schmerzung, die wir missen und müssen zurückkehren. Die Weise die Schatten in dieser Welt können uns mit einer Klug. Also haben wir eine Kopie des Welt. Und dann haben wir die Schmerzungen entfernt. Ich wundere, wie du die Schmerzen wirst. Warte! Was bedeutet das? Don't let me down. Oh nein! Buddy, was passiert? Was passiert jetzt? Ist der Typ ein Freund oder ein Feu? Ich denke, wir haben unsere Antwort. Chara! Chara! Ja! Ich darf auch... Yeah! Yeah! Es wird zwar sowas von nicht klappen, aber okay. Aha! Ja! Mh 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 Errruf Errruf Entenä Okay. 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 Oh Die Antiform Nice Ich wollte da eigentlich einsteigen Hä? Also die Antiform gibt es auch wieder Das ist nice Buzz? Es ist nichts Ich bin verwirrt Dieser Mann in der Schraube Hat er gesagt, dass er eine Kopie von der realen Welt ist? Was bedeutet das? Wahrscheinlich bedeutet, dass sie diese Welt in zwei verletzten Deine Freunde in einer Welt Wir in einer anderen Welt Nur eine der Welt ist reale Und die anderen ist einfach wirklich überzeugend Du kannst dich nicht ehrlich sein Oh Oh, das stimmt Du bist aus einem Video-Spiel Hm Vielleicht in deinem Spiel Das ist wie Dinge funktionieren Aber hier in der Realität Du kannst du die Welt verletzten Das ist schrecklich Hey Woody, gehen wir Ich versuche Es klingt ein wenig weit entfernt Aber Segen wir haben, dass wir in einer anderen Welt Aber wir wissen, dass etwas falsch ist mit diesem Ort. Wir sollten uns zusammenhängen. Sora ist richtig. Sie haben mit den Intrudern geholfen, also können sie helfen zu finden, unsere Freunde zu finden. Sie haben dort für uns so weit geliefert. Du kannst das nicht geniehen. Komm schon, jeder toy deserves ein fairer Shake. Am ich richtig? Sag es zu dem toy da oben. Sheriff, Sir! Rex hat gerade dino-napped. Was ist das? Meine Leute sehen ihn auf den zweiten Platz, Sir. Und Ham und die Aliens sind M.I.A. Komm schon, wir müssen sie finden. Bitte, wir helfen uns. Also, Buzz? Du glaubst wirklich, dass wir unsere Freunde zu retten können? Wir haben nicht zu weit entfernt. Wir müssen alle die Hilfe, die wir bekommen. Keine Angst. Sora kann sehr schrecklich sein. Und Donald rumpelt viel. Das ist wahr. Aber du kannst ihn vertrauen. Ja! Ich versuchte dich. Das ist wahr. Huh? Er macht? Sie sehen, sie sind nicht schlecht. Ich bin richtig, Buzz? Okay, gut. Wir brauchen die extra Hilfe. Aber damit wir sicher sind, ich schrecklich darüber. Ich arbeite mit dir, bis wir unsere Freunde finden. Okay. Danke für die Hilfe, Zora, Donald, Goofy. Meine Truppen werden zurück nach dem Feld, Herr. Das Ascent wird ziemlich schwierig sein. Schade, wir sind nicht mit einem Rockett. Hey! Hey! Du denkst, wir können das benutzen? Oh. Es ist perfekt. Komm schon, Leute! Aha, die wollen da durch hochklicken. Was ist das denn? Was ist das denn? Da geht natürlich noch ein bisschen um. Hm. Hm. Aha. Da. Okay. Ich guck mich hier nochmal um. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Tschau, Leute! Ich gucke mich an, Du, wirst. Ich gucke mich an, Du, wirst.